Aber zu schnell, ich krieg den nicht da. Also wir probieren jetzt von hinten los. Tschüss! Bitch! Woah, fuck! Fuck! Ah, von hinten auch noch einer, ey. Fuck, ey. Von allen Seiten kriegst du es hier eingefahren. Scheiße, Mann. Machen aber auch One-Hit, ne? Was, 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 was? Warum, warum? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Übel. Leute, unser Team ist kacke. Wir kriegen ja auf die Fresse wie Sau. Was ist denn da los? Sehr motivierend. Leider unser Team ist kacke. Ja, wenn ich auf Platz 1 bin, dann läuft irgendwas falsch. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Oh, Mann. Weg damit. Ich frage mich, warum die immer von allen beiden mit mir rumstehen. Ich verstehe das nicht. Jawoll, nicht direkt. Ja, Mann. Na rein, Mann. Funken! Boah, nicht mehr ist der! Alter, ich hab's gut. Oh, 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 oh. Elite Fleet Yes. Schnaudo, Mensch, dynamic damageur. Nein. Administrator, ja. Na, da haben wir stained, ja. Hald田, priorities, ja. Scheiße, jetzt haben sie mich von der Ecke, yow, 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 y Scheiße! Nein! Galschein! 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 Der stirbt nicht! Wie ist das so hart? Es ist so hart! Klar, wenn man so weit denkt, es kommt wieder zu fehlen, aber dann kann ich nicht zu fehlen. Die ist ja groß, ne? Ok, jetzt sind wir. Wundertreden fehlt haben wir schon, ey, geknägt. So, ein Sech. Wir haben weiter. Komm, wo denn? Wir gehen nicht immer so fort. Einer steht auch mal auf dem Berg, glaube ich. Einer steht ganz oben auf dem Berg. Ja, das ist ein Thema. Unbeliebabel! Der Sniper da hinten, der da hinten sitzt da drin. Da hinten ist ein Loch! Ja, das gibt's doch gar nicht! Wie viel hält denn da aus? Die kommen von allen Falten hin. Ja, wir haben das komplett verteilt. Ja, da hinten ist wirklich noch, dass der in Berlin in den Fortland Trotter weggeschickt hat. Alter, Alter! So, hier kommt! Ist jetzt vorne! Boah! Grat! Wundergedankt! Wie man sich hier zum Volo hochkommet inschneidet. Alter, wie ich muss grad übel fahren! Gibt's doch nicht, ne? Wo denn? Guck! Boah! Da muss ich erst mal was gegen den her. Alter, Alter ey! Das gibt's doch gar nicht! Wo denn? Boah! Da muss ich erst mal was gegen den her. Alter, Alter ey! Boah! Ahh! Ich bin grad. Ich wollt Ihr grad! Du kenn! Ich wollt mich grad an die Wand stellen. Scheiße! Krasse Shit, ey! Wenn da? Ah, verdammt! Ey, ich hab immer zehn rote Punkte oder so auf der Seite, ey. Ja? Was ist denn los, Alter? Die kommen echt alle von der Seite. Na, das war... Da häng ich genau zwischendrin, ey. Unnormal! Die hab ich mir noch geholt. Ja, sieh! Boah, Wille! Wille, war witzig, hab er gefunden, was? Ja, halt los die Backen und Steven hab ich auch noch nen Headshot gegeben. Geil, Alter! Ich weine hier! Fergie, hast du noch nen Kaffee? Hallo, Basti, wir machen das gut, Mann! Ey, Lappi! Tja, hab ich doch gesagt, dass ich dich mehr hole als du mich? Nee, nee! Ja, das kennen wir noch! Vom Allerfeinsten! So, was haben wir jetzt? Wieder Definitiv! Ist schon geil! Muss man schon sagen! So, jetzt geht's vorwärts hier! Mach 7, ich hab alles mit Sniper gemacht! Puh! Ich glaub 40 Kills kriegen wir schnell hin, oder? Ich glaub 40 Kills kriegen wir schnell hin, oder? Ey, die Wettbewerbsgruppen, offensichtlich, Alter! Ein paar von uns müssen noch ein bisschen zulegen hier, die müssen sich noch ein bisschen Eier wachsen lassen! Oh, Mann! Spargel, jetzt reißt es weg! Komm, jetzt reißt es raus hier! Jetzt geht's vorwärts! Ist Philipp bei uns, ne? Nein! Nein, bin ich nicht! Wir können ihn wieder hergehen! Ich mach euch klapp! Ja, dann komm! Kommt, ihr mal GT6! Ich fahr euch die Mitte ab! Ja! Ja! Vorsicht! Vorsicht! Lauft nicht so gerade! Ihr müsst aufpassen, links! Sniper! Ja, ja! Die werden eh wieder alle rumsnipern! Ja! 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 Ich sehe schon die Ersten, ey! Der erste Tote! Yes! Oh! Von der Seine kommen sie schon angeschissen, Alter! Vorsicht! Ja, ich spange, oder? Straight, straight, straight! Alter! Ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon, Alter, die Ratte! Ja! Ja! Jawoll, Boys! Heiß! Also, wir können es nicht, bleib von mir nur weg, doch! Da jetzt bin ich in den Hunden! Ey, hab ich doch getroffen, jetzt hab ich nicht! Ja! Ha! Ja! Ha! Ha! jetzt warum ist er da vorne und hinten alter was das will scheiße ich stehe im klamottenladen ich hab zu spät gezielt die spawn hinter uns das ist auch schwul ich wollte gerade anvisieren gerade weil ich die granate rausholen ohne seite ich bin jetzt stolz auf dem moment ja gut was soll ich mich schlecht fühlen oder was Nö, aber ich hab ne Kürze ergeben, dass ich den Scherz aufnimm. Ah, yes, yes. Ah, Reggie hat den? Ja. Ich hab einen vorne in die Fresse geschossen. Ich bin natürlich. Ach so, Dave. Du siehst halt da wieder gut aus. Ja, natürlich. Alle, hier geht's ja alles, hier geht ja alles drunter und drüber. Gar keine Fronten mehr hier. Vor allem vorne auch überall mal so einfach mal. Und jetzt fangen sie wieder an zu snipen. Ja, jetzt haben sie wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Ich werd jetzt mal was machen. Oh, Scheiße. Ich werd jetzt hier diesen kleinen Buster nehmen, der hier steht wieder für den Buster. Hinter uns wieder. Yo, 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 hinter uns. Aber der ist so doof zum Kopfschießen. Alles klar. Weck mich, Alter. Boah, fuck. Weck mich, Alter. Boah, fuck. Da vorne ist auch noch einer, fuck. Von zwei Seiten kommen sie wieder angeschissen, ey. Die kesseln mich hier voll ein. Oh, von zwei Seiten. Jo, du bist komplett eingekesselt hier. Krasse Scheiße. Ja. Du bist auch mittendrin. So schnell kannst du gar nicht sich drehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na, wie der Sniper. Oh, fuck, ey. Du Kartoffel. Ja, und komm schnell rein. Jo, 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 jo. Makan, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, keine Chance, ey. Keine Chance. Du kriegst von hinten die Sniperfresse vollgeballert und von vorne... Nein. Aber wo spaw ich denn? Was steht denn drin? Sonst ist ein Flughafen-Buffer am Wasser steht? Nee, da wird keiner fahren Das ist ein Flughafen-Buffer Das ist ein Flughafen-Buffer Da haben wir uns gegen Deathmatch den Panzer rufen können Ach ja, ja Dann würden sie nur noch Panzer fahren, aber Das ist alles voller Sniper hier, ey Da vorne laufen sie überall Aber zu schnell, ich krieg den nicht da Also wir probieren jetzt schon nicht los Ah Tschüss Bitch Gibt sie irgendwo aufs Dach? Gibt sie irgendwo aufs Dach? Meiner will nicht springen Nein Alles klar, hab ihn Hab ihn Wie bist du über die Maul gekommen? Meiner will nicht springen Ich musste da, wo nicht diese... War schon vorbei? Ah, das ging zu schnell Schade Das ging zu fix Ah, 40 Kills sind zu wenig bei 16 People Das ist zu wenig Was haben wir jetzt? Was kommt jetzt? Ja, ich mach... Ich mach immer das Gleiche Ist besser Ich mach jetzt mal Ich mach jetzt mal Ich hab nur rumgeeier Da geht gar nichts Ich hab jetzt gespawnt schon wieder tot Irgendwie zusammen Ich weiß nicht, wo nach die gehen Aber bei der ersten Bistung war ich doch auch bei denen eigentlich Ja, da waren wir aber nur 6 People Wie viele waren wir? 11 11 waren wir Jetzt sind wir 16 Und dann zwittert nochmal Aber ansonsten bleiben die Teams gleich so Hauptbahnhof es macht Spaß Naja Weil wir doch nur am gewinnen sind, ne? Ne, wir sind jetzt auch verloren, wäre mir egal gewesen Ja, das ist sowas mit so viel Deutsch Das ist ja allgemein schon geil Ja, auch weil alle mit dem gleichen Crew drin sind Vor allem ist keiner so der gleiche so rum Aber ich hätte auch Wie die Engländer Doch ich, ich find mein Team scheiße Mein Team ist kacke Ja, ich komm mit dem Wecker Ich komm mit dem Wecker Ich komm mit dem Wecker Gäbs friendly Feuer würde ich euch alle abballern hier Ja, da wird schon wieder gesnipert Ja, da wird schon wieder gesnipert Yeah Ja Ja, ey, von der Seite Von der Seite Von der Seite Von der Seite Oh, macht man mir die Kasse Jetzt eskaliere Oh! Was? Jetzt hast du mich weggesprengt, ey Fuck it Bei der Seite Wo die aktiviert alles Manche haben uns die Kuhnbegriffen, ey Das kann ich ja gegen den Karnatwerfer wieder machen Dazu Da ist da, da ist 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 Ich habe da hinten was gesehen. Fagel ist direkt vor meiner Granate gelaufen. Fagel wollte mal gebraten. Sau gut. Schnell, schnell, lad schneller, Mann. Verdammt, warum spielt meine Revier runter? Ja, ich will den Fernsehten ab. Ja, jeden Fall hat ein Auto. Ich glaube nicht. Komm gleich mit dem scheiß Auto, ey. Fagel, 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 ich bin tot. Ja. Hö, dem war ich hier noch allein. Welches Visier benutzt überhaupt? Benutzt ihr es einfach oder es komplexer? Es ist nur das komplexer, ne. Ich denke, ich hätte die Hand gehabt. Ich mache mich schon mal. Ich habe ihn mit Bezug auf. Ich habe ihn gefeiert. Die Hörte werden einyoßen. Sie sind dabei mit Bezug auf. Sie sind dabei.